Sie sind hier, 6. November 2018, 16.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Halil Altentrop hat 3 Jahre unter Markus Weinzierl beim FC Augsburg gespielt, Urheberrecht Getty Images, Halil Altentrop verstärkt den Trainerstab um Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart. Der 35-Jährige zeigt sich trotz der miserablen Tabellensituation des VfB optimistisch. Unterstützung für Markus Weinzierl, der frühere Bundesliga-Profi Halil Altentrop wird zunächst bis Weihnachten den Trainerstab des VfB Stuttgart um Chef Weinzierl ergänzen. Das gab der Tabellenletzte am Dienstag bekannt. Der 35-Jährige werde für individuelle Maßnahmen zuständig sein, hieß es in einer Mitteilung der Schwaben. Altentrop, der im Sommer seine Profikarriere beendet hatte, stand am Dienstag bereits mit Weinzierl auf dem Platz. Altentrop Weinzierl bringt die Qualität mit. Der neue Chef-Coach hat mit dem VfB seine ersten drei Spiele ohne eigenes Tor verloren. Altentrop glaubt aber an die Wende, wie er am Sonntag im Doppelpass bei Sport einem versicherte. Ich bin überzeugt davon, dass sie mit Markus Weinzierl einen Trainer bekommen haben, der die Qualität mitbringt, der authentisch ist und der auch die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, sodass sie für ihn durchs Feuer geht. Altentrop hat unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg gespielt. In seinen vier Jahren beim FCA war Weinzierl drei Jahre lang sein Coach von Sportinformationsdienst. 2. FC Kaiserslautern